Advent, Advent, das vierzehnte Türchen brennt. Hollali, Waldfee. Na dann, gehen wir schon mal rein. Heute mal in der langen Version. Ich meine lang. So lang ist das jetzt auch nicht. So, wir gucken mal, was wir so haben hier in Türchen Nummer vier. Erst mal Rob draufschreiben. Vielleicht haben wir ja was Gutes drin. Komm, 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 komm. Türchen 14. Wir haben spanische Brownies. Okay. McSpanion Brownies. Oh, mit spanischen M&M's oder sowas. Oder Smarties. Viele bunte Smarties. Ja. Ziemlich zuckerig. Und die Smarties sind auch ein bisschen aufgeweist. Aber stopfen wie Brownies. Also, ja. Ich meine, Brownies ist ja eigentlich so ein amerikanisches Ding. Aber, okay. Die spanische Variante wahrscheinlich. Mit spanischen Smarties. Und dann, jetzt lass uns mal ein bisschen rubbeln. Heute brauchen wir ein bisschen viel Glück. Würde ich sagen. Und, gehen wir mal rein. Zoomen ein bisschen rein. Erst noch mal ein bisschen Rob-Rob streichen. Geh noch mehr rein. Und dann, und dann schauen wir mal, was wir im Vieh-Glück los haben. Zwei. Vier. Tausend. Zehn. Zwei. Zehn. Zwei. Ja. Immerhin zwei Euro, würde ich sagen. Was willst du mehr? Zwei, zwei, zwei. Dann. Ins Blackjack los. Was müssen wir schlagen? Ne zehn. Ist möglich. Aber nicht mit einer neun. Oh, da wäre 35.000 Euro gewesen. Acht, heilige Scheiße. Mit einer acht. Oh, ho, ho, ho. Naja. Mit so kleinen Zahlen. Da erschlägst du dir aber auch, Dix. Hat der Dealer eh nur eine zehn. Uff, 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 uff. Rob-Rob streicheln. Vielleicht. Kann das Cash los uns ja noch helfen. Die acht. Die hundert. Die zwei. Die fünfhundert. Die fünfundzwanzig. Die vier. Oh, 50.000. Fünftausend. Fünfzigtausend. Nein. Naja, die Brownie sind jetzt auch nicht das Perfekte vom Ei, sagen wir so. Oder die Yellow von der Hack. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Aller Rubbelkars ist raus und sagt, tü-tü-tü. Ah. Ah. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020